herzlich willkommen liebe leute zu einem neuen let's play mit mir unten links seht das schon worum es geht es geht um grand theft auto 5 also gta 5 wir spielen den story modus habe ich mir gedacht weil da bin ich ich spiele teilweise blind ich bin da nur nicht weit gekommen mein spielfortschritt liegt höchstens bei acht prozent also ich habe mich mehr in dem online modus aufgehalten und da dachte ich mir mache ich doch mal ein let's play raus weil das spiel das hat es echt verdient das ist ein super game nur ich bin dazu noch nicht so gekommen weil ich so viele andere games noch zocke aber ich bin richtig heiß auf der story modus den spiel war von vorne bis hinten durch und ich hoffe ich fehle nicht so viel so wir befinden uns noch im ladebildschirm aber hier fängt das spiel an so mal schauen was alles so passiert ok das ist jetzt die einleitung hier das tutorial gib dich zur wache ok die steuerung die habe ich schon drauf ok ziel auf die geisel wie gesagt ich spiele es teilweise blind ich habe höchstens 5-6 missionen gespielt vom story modus die kenne ich jetzt zwar auch hier ok das handy anzurufen das ist ein ganz anderes handy als im online modus sehe ich gerade ok was soll ich jetzt hier machen ich so was zünden ok da mal her mit der mit dem geld hier müssen wir den lang acht ok zur markierung da ist echt ein einfaches tutorial wenn wir das hinter uns haben dann geht es richtig jetzt los ich meine jetzt kamen ja auch zwei bullen wo seid ihr denn dann gehen wir hier rein sammle das geld auf ja aber gerne doch haben wir noch mehr hier da hinten liegt doch noch was dann machen wir uns mal die taschen voll dann machen wir uns mal die taschen voll so und jetzt noch mehr geld hier ach da hinten haben wir glaube ich noch mehr geld hab ich gar nicht gesehen sehe ich gerade auf der kleinen map ah jackpot hier war fast das wichtigste vergessen ok jetzt müssen wir uns den weg frei ballern ach so ich muss jetzt wechseln ja ok meine güte ich glaube ich muss ihn jetzt in handy verfassen der kritischen headshot und action alles klar ich weiß es knapp war aber wir müssen weiter keine zeit komm gib gas hier ich muss mich in deckung begeben ok dann machen wir das erstmal wir kommen jeden Tag ja ein vorteil hat das dass man alles schon kennt so also ich kann mich da wohl daran erinnern aber genau was wir jetzt hier so machen mussten irgendwie den weg frei schießen war das so gehen wir denn jetzt schieß auf die bohlen äh oh shit dann ist das jetzt ey drück ich mich hier raus drück mich hier raus ok ab gehts action 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 satisfaction hallo ich will in deckung gehen und geh mal weg hier ey da wollte ich hier gehen wir wollen hier das kubel doch doch schon ganz gut mal umdrehen direkt aufmarschonsivieren und direkt ziel da ist noch einer wir packen uns schnell da ist noch einer da ist noch einer der County Sheriff oh Gott noch mehr mal aufladen hier ok meine Kumpels die laufen schon vor gehen wir eben hier in die Kumpel ne ne die können drauf wir schießen uns einfach den Weg 3 so weg mit euch seid ihr wiki schweizfliegen wo die Fahne alle sollen da versteckt sich da hinten komm da ich hab schon wesentlich besser als beim ersten Mal wo ich das Spiel geholt habe und dann die Mission hier die erste da hab ich schon ein bisschen ja da muss ich erstmal klacken mit der Steuerung und mit allem sehr logisch los 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 haben wir jetzt schon genügend umgemäht ich glaub da kommen noch mehr ok ich glaub wir kriegen gleich einen Fluchtwagen aber es kommt gleich einer kann ich mich so ein bisschen dran erinnern hoppala ja da steht er ja auch komm mal schnell rein hier doch ich muss fahren doch ich muss doch nicht fahren doch das ist gar nicht mehr ich fahr ruhig gerne ich hab schon ganz gute Fahrerskills ähm ah das war klasse ja komm ja geht mal los hier oder wie hängen sie ab oh oh Gott unser Fahrer ist tot übel mega Crash so jetzt kann ich auch fahren endlich ja geil fahren zum Hubschrauber Abholplatz kein Problem das machst du gerne ok alles ganz gut wie wir gerade ausfahren und die auf der Karte schon seht dann kriegst du auch kein Ding so das ist halt ab einmal schön in die Kurve schwindern ja klar 5 Sterne direkt schon noch zu Anfang jetzt und direkt ein Flash wieder ich glaub das war's mit unserer Karre oh Mann oh Mann so sind wir hier in was für einer Pampa was stick to the fucking plan komm zwei Kratzer haben wir auch schon aber wir werden es überleben übrigens der Typ mit den zwei Kratzern das ist einer der drei Hauptcharaktere in GTA 5 oh Gott keiner weniger komm aus der Schusslinie ich muss gestehen die drei Hauptcharaktere wie sie genau heißen das weiß ich jetzt nicht mehr oh Gott das kommt hier aus dem Bohlen jetzt gehts wieder los so komm zischt ab hier fach du nicht du ich ne das ist auch klar aber 5 Sterne der nächste fachloser wie gesagt in die Uni reicht noch ja die needs gut verschannya weil jetzt so eine Granate wär geil Ich glaube ich war am Start, eine Uzi, okay, okay, ne, war das schon die beste Waffe? Oh shit, ich bin gleich tot, ey. Oh Gott. Komm, wir schnappen uns eine Geisel. Okay, oder doch nicht. Oh shit, wie sieht das denn aus hier? Obwohl da können sie uns nicht so gut sehen. So viel Nebel. Michael was not always a good husband, not always a good citizen. He did not die a hero's death, but he was a man. Our Lord was crucified with two thieves. So perhaps we should not judge. Rockstar Games presents. We are born of sin and we die in sin. And in this, Michael was like anybody else. Father, we do not know your infinite mysteries. But we know that you will show mercy to our friend. Grand Theft Auto V. ... Your son James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Warum? Er hilft die fucking poor? Nein. Er sitzt auf seinem ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, then no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey, I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores, smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Hmm. A sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. I think I will. I think I'm 25ела, That's great. You should be looking for a bit of time. Don and I'm feeling a little more. You're listening to me. I'm feeling. You're doing this. I'm feeling a lot better. You're listening. I'm feeling that you're waiting for me. You're looking for a bit of time. I'm feeling a little bit of time. I'm feeling it. I'm feeling it. You're looking for a bit of time, I'm feeling. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis dahin Leute, einen schönen Dach noch, ciao!